Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Separate Ways. In der letzten... Oh, noch so einer. In der letzten Folge bin ich auf wirklich frustrierendste Art und Weise gestorben, aber das ist nicht schlimm, denn ich bin da und... Was? Willst du zu mir kommen? Also musst nicht, aber... Oh, ich glaub, ich hab einen Bösen gehört. Von anderem Bösen. Oh, ich wollte nämlich sagen, genau, dich hab ich grad gehört. Alter. Okay, ich hab dich nicht getroffen, aber hey. Das ist okay. Einmal schnell verwenden. Weißt du was? Nö. Schade. Äh, nee. Zurück zur TNP einmal, bitte. Stimmt, ich wollte eigentlich ursprünglich offscreen... Mach mal hier auf, weil mach ich am Ende. Meine Aufnahmesession. Oh, geil. Wie viel Money ich jetzt habe. Money, 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 Money. Nee, das nicht. Leider zu wenig. Meine Katze macht aktuell auch nur... 30.000. Und man, ich mach mehr. Viel, viel mehr. Falls ich... ...in diesem Spiel noch einmal mit der Armbrust kämpfen möchte. Also, möchte ich schon, aber... Tja, ohne Moos nichts los. Wissen wir ja alle. So, dann mal durch, dann. Weiter epische Musik. Ach, hier sind wir. Oh nein, wo Mike gestorben ist, ne? Das war ein sehr trauriger Ort, den ich nicht gerne besuchen möchte. Ja, weißt du was, hier? Ey, wenn du nett bist, dann ignorierst du mich da vorne. Und... Nee, und ich werde, ähm... Genau. Einmal nachladen. Passt mal auf. So. Oh mein Gott, der hat den... Der hat... Der hat den... 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 Den Raketenwerfer gehabt. Heißt das, jetzt wird Mike überleben? Das wäre auch voll schön. Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren. Jo. Aber die habe ich jetzt keine Angst. Oh, jetzt habe ich Angst vor dir. Vor dir nicht. Oh, ja. Jetzt schon. Einmal ein bisschen näher ran. So. Jawoll, ja. No problem. Nice. So, jetzt einfach noch nachladen. Nicht einmal ein paar... Oh. Der hat schon wieder nach... Ah, die sind nicht mit. So. Und dann. Finde ich toll. Macht mir Spaß. Ganz ehrlich, ich glaube sogar mittlerweile, dass wir privat so Sachen vielleicht wie Hitman und so echt Spaß machen könnten. Sollte Stealth-Geschichten. Aber niemals im Let's Play. Dafür hätte ich keine Ruhe. Das wäre Horror für mich. Deshalb, ja. Werde ich sowas niemals jetzt playen. Das könnt ihr bald vergessen. Das ist nichts. So, jetzt würde ich einmal... Kombinieren. Treffen wir jetzt hier nicht auf Leon, der hier unten ist? Ich habe einen Schatz vergessen. Ups. Dann wollen wir nochmal kurz zurück. Den Schatz hätte ich schon noch gerne. Und irgendwie habe ich gerade so ein bisschen... Oh. Kein Kampf, bitte. Ich habe genug gekämpft. Ich bin doch nur eine wehrlose arme Frau. Eigentlich nicht. Äh. Okay. Wartet mal. Das muss dann hier an der Seite gewesen sein. Hier. Hier ist ein Schatz. Ich bin an der richtigen Stelle. Vielleicht hier so hinter? Ach, da oben. Na, sag doch mal einer was. So. Komm her. Willkommen zu Mami. So. Das sieht aus wie so ein Auge. Ja, ich wollte gerade sagen. Geil. Das heißt, mit ein bisschen Glück finde ich ja sogar... Ach, nee. Das ist nicht das, was ich denke. Oh, nein. Das sind nicht die Augen. Oh, scheiße. Ich habe gedacht, das seien die Augen für die Katze. Äh. Tja, dann weiß ich nicht, ob ich damit noch viel anfangen kann. Weil dann habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass das für die Katze auch schon weg ist. Ja, dass das nämlich für den anderen Auftrag gegolten hätte. Und das wäre Schade. Mit langen E. Was haben wir hier? Oh ja, aber Leon kriegt hier voll den epischen Schatz einfach nur. Ich glaube, wir hatten hier irgendwie so eine Kette oder so gefunden oder so ein Zepter. Aber nö, Frauen haben hier genug Klunker. Leon, du bist okay? Ja. Ja. Oh, oh. Entschuldigung, Adam. Wir müssen diesen Parasite aus deinem Körper rausziehen. Ja, aber bevor das muss ich Ashley schützen. Okay, lasst uns das. Schade, ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass ich jetzt zumindest so ein paar Knöpfchen drücken dürfte, um mich auf seinen männlichen Finken zu befreien. Oh no, hi. Oh nee, oh nein, hier war der... Wobei, nee, ich glaube das wird echt nicht darauf hinauslaufen, dass wir irgendwelche Regenerators sehen werden. Schaut mal hier. Wir haben schon... Okay, okay. Achso, deshalb ist das dann hier auch zu. Im Nachhinein. Denke ich. Ne, wo wir uns doch da so gewundert haben. Hä, was ist denn das da? Oh, das ist so scary, ey. Das ist voll eklig. Ein Ei? Oh, ich muss niesen, Leute. Ich muss gleich niesen. Oh no. Oh no. Okay, doch nicht. So, was machen wir jetzt zuerst? Ich werde zuerst genau zum... Iska. Und mal gucken. Ja, du hast ja nichts für mich. Ja, heißt... Ich glaube, die Katze kann echt weg. Das ist... Ja. Ach nee, nur 20.000. Obwohl... Warte mal. Ähm... Nein. Moment. Ich brauche noch... Sag 20.000. So. Das passt mir auch. Ach, scheiße. 20.000. Ich ziehe draußen. Ja. Ja. Oh, das war doof. Na ja. Machst du nix. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass wir eh schon so gut wie durch sind. Das ist ja schon das 5. Kapitel. So. So. Was hören wir denn hier? Oh. Jetzt weiß ich endlich, was hier los ist, ey. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Hä? Was ist denn da los? Yo. Triffst du mich nicht? Ich werde dir mal zeigen, wie das geht. Ja. So geht das, mein Lieber. So... Wow. Oh. Ach gut, das hier auch nur... Ich will den anstreppen. Boah. Treppe ich den echt nicht. So. Komm schon. Mia 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 mia. Und einmal zurück. Wir haben jetzt einfach noch ein bisschen viel einfacher zu machen. Na komm. Komm, komm, komm. Hä? Was ist denn euer Problem? Bist du irgendwie zu fett wegen deinem Schild oder wegen deines Schildes? Boah. Bitch, please. Ja, danke. Und jetzt dich. Und... Ich. So. Gut. Was heißt hier ist... Ach, hier ist der noch. Oh, sieht das böse aus. Diese Leiche macht mich krank. Besonders der Mund. Das kann ich mir nicht länger anschauen. Oh, alter. Oh, alter. Das geilste wäre, wenn du hier so durch das Visier guckst. Und ähm... Die Leiche dann plötzlich auf dich losstratzt. Oder zumindest irgendwie so... Voll den zicken Move einfach nur macht. Das wäre geil. Das wäre richtig, richtig geil. Ah, jetzt haben wir den endlich mal gesehen. Oder reagieren die... Boah, hör auf damit, ey. Bitte. Oder reagieren die Regenerators nur auf... Ähm... Wie heißt es auf... Ne, ähm... Auf... Menschen mit Parasiten in sich. Das macht wahrscheinlich... Macht eigentlich keinen Sinn, finde ich. Aber... Warum greifen die mich nicht an? Ich meine, hey. Ich bin genauso... Oh, vier Stunden haben wir schon. Echt? Boah, das ging aber schnell, Leute. Alter. Das finde ich aber nicht schön. Ich will eigentlich noch ein bisschen länger spielen. Macht einfach... Macht einfach so viel Laune. Was natürlich dafür sprechen würde, dass ich ja Ada Assignment spielen... Sollte würde, aber... Boah, ich guck mal... Voll der Lara Croft Move! Ich guck mal. Ne, ich hab ja jetzt, ähm... Lustigerweise schon bald Ferien. Drei Wochen Schule und dann schon Ferien. Ähm... Und dann guck ich. Vielleicht mach ich's ja doch... Ich dachte, der sei tot! Oh, Krauser, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Oh, Krauser, I'm sorry. Oh, Krauser. Oh Gott. Warum habt ihr mich nicht vorgewarnt? Das ist schlecht. Oh, Mann. Okay, immerhin darf ich ausweichen. Das ist schon mal nett. Boah. Aber nicht sonderlich viel. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ist das assi, ey. Oh, scheiße. Oh, das wird nicht gut ausgehen, Leute. Das wird nicht gut ausgehen, Leute. Ich sag es euch. Ausweichen. Das wird überhaupt nicht gut ausgehen. Vor allem, weil scheinbar meine alte Taktik mich hier nicht so gut ist. Das ist ein Fruchtenschein. Das ist ein Fruchtenschein. Das ist ein Fruchtenschein. Mal schauen. Ja. Ach so. Oh, ja. Voll nah am Rand. Komm, ey. Okay, das ist schon mal gut, weil ich, ähm, zumindest, warte mal, kombiniere mit dem hier, das schon mal verwenden will. Gut, ich habe zwar nur einen Button gedrückt, aber danke, dass ich damit auch schon ausweichen durfte. Oh, Mann. Wo kommt auch die ganze Stimme schon wieder her? Äh, ja. Scheiße. Ich weiß, ich sag nicht so viel, aber ich muss mich... Boah! Nein! Okay, komm. Lass mich bitte bei der zweiten Stage weitermachen. Komm, 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 komm. Das Spiel sei mir gnädig, bitte. Och, leck mich am Arsch. Lecko mio. So. Ja, dann müssen wir nochmal ran. Dann müssen wir nochmal ran. Dann müssen wir nochmal ran. So. ganz kurz runterladen und abzuleben. Ähm. Da musste sich mal ausweichen. Ich muss das nie schlimm...о temples Zeit kann ich nutzen um...ohm. Um, wie heißt das, aufzuladen, abzuladen. Das sah cool aus. Das sah gerade sehr cool aus. Das sah noch besser aus. Erstmal schnell alles mitnehmen an. Komm, nehmen wir sie mit. Bringt mir zwar nicht viel, aber hey. Boah, wer kämpft denn da im Hintergrund? Ach so, natürlich. Ich erinnere mich, das waren wir hier damals. Das waren ja diese Massen dort unten. Das ist ja aber richtig geil, ey. Wo das nicht, warum geht hier ab? Warum geht die Welt unter? Und dann merkst du erst mal, ach stimmt, das waren wir ja damals selber. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Kombinieren mit dem hier. Give me your legs. Give me your legs. Danke. Ausweichen. Ausweichen. Scheiße. Das war knapp. Da werde ich auf mein Pudus zurückgreifen. Ja, das war ja jetzt schon wieder nicht. Ja, ja. Du fühlst dich schon so ein bisschen behindert, dieses Spielchen. Wo du aber auch direkt das Gefühl hast, okay, der weiß eigentlich, dass er im Nachteil ist. Ist es einfach so, ganz ehrlich. Wenn du solche Spiele spielst, dann kannst du niemals im Vorteil sein. Da musst du einfach wissen, okay, ich bin gearscht. Und der ist auch so angeknackst mittlerweile. Gut. Jawoll. Und nochmal. Oh ja. Oh, 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 oh. Nein! Oh, Herr im Himmel. Ey, tu mir das nicht an. Ey, ich... Oh. Oh, wie zum Thema Vorteil. Oh. Okay. Ich bleib wohl. Das ist absolut kein Problem. Ich rege mich nicht auf. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nein, ich reg mich nicht auf. Ist okay. Ist okay. Okay. Ja, das geht ja jetzt relativ schnell, hoffe ich einfach mal. Wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, bevor ich ihn wirklich besiegt habe, dann... Dann, ähm... Dann werde ich das auch schneiden. Das eine Mal nehme ich euch jetzt noch mit. Beim nächsten Versagen war es das. Was weiß ich denn da gar nicht. So, um ihn gehen. Scheiße. Das war nicht sehr Gentleman-like, aber ich glaube, das ist dem exizient egal. Ich habe doch noch, ähm... Wie heißt es genau? Ich habe doch noch diese Kombi. Mit dem hier mal verwenden. Also, komm. Das ist die Stage. Auch beenden, genau. Weil dann... Langweil ich euch nicht so sehr. Dann sind wir jetzt endlich hier drüben wieder. So, ich werde mich jetzt tatsächlich, glaube ich, nur auf das Heilspray konzentrieren. Weil, ähm... Überspringen? Nö. So. Oh Gott. Das war nicht gut. Geh mal einmal heilen. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich auch voll die Verschwendung. Aber, Leute, ich will nichts riskieren. Wenn ich... Wenn ich so... Mit... Wenn mir nachher nur so ein bisschen fehlt, um zu überleben, dann... Dann werde ich mich in den Arsch beißen. Mir in den Arsch beißen, nicht mich. Aber der wird auch immer schneller, ey. Na komm, verrecke endlich. Komm. Tu mir den gefallen. Komm, verschwinde. Verschwinde. Komm. Das ist das. Komm. Kriegen wir hin. Jawohl. Jawohl. Yes. So muss das. Vielen Dank an Leo und für die... Das ist eine große Sache, die du da hast. Boah, richtig ekelhaft. Aber ich mag es nicht, wenn Menschen kräftig spielen. Oh, welche Engelsstimme sie sagt. Das sagt er herrlich. Ist das gut, ey. Ich werde bescheuert. So, lass mich mal ganz kurz schauen. Ich hätte gerne noch... Ja. Oh, da ist noch was zum Einsammeln. Dann gehen wir noch zum Speicherpunkt und zum Händler. Jawohl. Ja, und da gehörten die Teile rein. Habe ich noch eins? Nee. Naja. Ist scheiße gelaufen, drauf geschissen. Ich komme ja auch so klar. Scheinbar. Was haben wir da noch? Enter... Nee. Das noch lange nicht. Oh, ich finde, ich habe mich mal gar nicht so schlecht geschlagen. Oder was sagt ihr? Mal ehrlich. Nee, was für eine schlechte Stimme ist. So. Ja. Und ich habe... A good selection of things I would like to sell to you. Like... Oh. Wies hier so gar nichts wert. Warte mal. Jetzt mache ich es. Ich habe so viel. Ich will die einfach haben. So. Die muss da jetzt hier irgendwie Platz für. Oh, scheiße. Okay, Moment. Ein bisschen Platz schaffen und dann kriegen wir das hin. So, jetzt will ich dich da oben hin haben. Ich werde das aber aufscreen alles noch neu machen. Jawoll, ja. Jetzt habe ich endlich eine Armbrust. Jetzt bin ich glücklich. Gut. Nein, ich will den einen weiter unten. Jawoll, ja. Und dann würde ich sagen, Leute. Was ist für heute mit Let's Play Resident Evil? Die Separate Ways. Und wir werden in der nächsten Folge... Was wollen wir denn da zu unserem Ziel? Und ja, wie gesagt, ich erwarte, dass es nicht mehr viel wird. Vielleicht nochmals fünf Folgen oder so. Vielleicht auch weniger. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, denn die vier Stunden haben wir jetzt auch schon rum. Das soll ungefähr die Hälfte sein. Deshalb hätte ich eigentlich eher mit sechs Stunden gerechnet. Aber mal gucken. Von daher, ich würde sagen, ja. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.